Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dir WOLF mit dabei 85 wieder und wuff Hi Hallo So, ich bin wieder auf dem Heimweg, dann auf Ledermaus, über Lava Oh, das braucht man dringend Das Auto, das Auto Elektronium Ja, das ist wichtig Wo kamen jetzt die Ballfinder? So, jetzt ab nach Hause Wenn ich jetzt nur einen Ausgang finden würde Ähm, das ist in der Mine oben links Jo, da ist ne Witch Ich finde jetzt mal den Geheimeingang Achso, es gibt den Geheimeingang, okay Oh Er krebt sich durch Draußen ist ein Slime Ich hab ne Star-Arzt Jetzt kannst du was langen Ähm Oh ja, pass auf, ich bin hier mit einer Axt unterwegs Ich pflanz mal eben meine Eisenbüsche Jo Mit Erdung war die Goldbüsche Mit Erdung war die Goldbüsche Uah, Kliber Boom Nein, noch nicht So oder Und dein Levina in wenigen Sekunden Wątäs, wer hat die Tür offen gelassen Michael Nein, 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 nein Bleib hier, blib hier Hast du schon deine Diamanten zurückgelegt? Habe ich schon zurückgelegt, ja 19 Diamanten Guter, fange mal an Ich hab ne Enderflame Was? Ein Enderflame. Enderflame, das ist gut. So, dann machen wir einen Stein. Ich soll auch Stein richtig schreiben, Stein. Stein. Steinbruch. Steinbruch, was gemacht? Aus Zahnrädern und Gold. Okay, brauchen wir drei Zahnräder davon? Eisen, Eisen, Eisen und zwei Gold. Jawohl. Okay, das da brauche ich. Gold brauche ich. Gold wird nicht lang, doch Gold lang Grat. Eisen, Eisen, Eisen. Und Holz. Was haben wir denn, das Kupfer? Äh... Kupfer haben wir. Ja, ja. Ja, wohin? Ja, unbearbeitetes hier rein. Also, kannst du ja gucken, ob es da drüben reinpasst oder so, wenn wir in Eisen schmelzen. So. Machen wir Stein. Jetzt gehen die Zahnräder nicht so, oder? Wie gehen die Zahnräder? Oh, nein. Die brauchen eine Achse. Ehrlich. Die brauchen eine Achse. Äh... Pss, scheiße. Zinnbahn, Zinnbahn, Zinnbahn. Hämmer Zinnbahn? Äh... Ja, haben wir. Zinnbahn 32. Hä? Wieso? Pille Steinbruch? Achso, stimmt. Das ist... Ne, das ist... Ne, du kannst ganz normale Eisen-Zahnräder benutzen. Hallo. Die Achse zwischendrin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Klick halt einmal auf das Zahnrad drauf. Welches ist das denn, dieser Steinbruch? Eins, eins, neun, drei? Ja. Da brauchst du ein ganz normales Eisen-Zahnrad. Oh, Witter. Ja. Ja, das ist... Ich glaub nicht verstanden, oder? Basis-Zahnrad, das Zahnrad macht man da raus, das macht man aus Holz. Ne, das ist hier ja kein Problem. Du musst... Du willst... Eisen-Zahnrad... Du brauchst ein Gold-Bahn... Für das Gold-Zahnrad brauchst du eine Eisen-Bahn in der Mitte und Gold-Bahn umherum. Ja. Für das, ähm... Für das Eisen-Zahnrad brauchst du... Diamanten-Zahnrad brauchst du ein Gold-Rad in der Mitte und Diamanten drum. Äh, nein. Für das Eisen-Zahnrad brauchst du... Ja, du brauchst mir jetzt nicht alles vor euch holen. Ja, ich wollte... Ich wollte... Ich wollte mich überlegt, wo braucht er die Achse? Das liegt doch mal auf das Stein. Gut, dann gehen wir auf Stein. Uff, okay, hätte ich nicht gebraucht, hast ja recht. Zwei... Achso, das könnte man auch so machen. Buchse... Mist, ich brauch Gold. Äh, ist bestimmt noch nicht gebrannt worden. Oh man, ich brauch Gold. Ich hab verwirrt Pulver. Ja. Ja. Ein Gold haben wir ja kaum. Alter, wer killt denn da draußen wieder nervige Endermans? Ja, da ist ein Endermans, aber ich weiß nicht, wer hinten ist. Der jammert. Ja, ich weiß. Der war aber fast tot. Wieso war das so? Der ist gerade abgekaut. Der Feigling. Und wir haben ne Witch vorm Haus. Aber zwei Enderpillen hab ich mittlerweile schon bekommen. Das ist super. Insgesamt wird es schon fünf sahen. Aber trotzdem brauche ich Gold. Aber trotzdem brauche ich Gold. Wurde hat einfach bloß noch nicht gebrannt. Äh, da sind zwei Golderze. Achso. Äh, super. Ich geh Gold sammeln. Weißt du was wir bei Golderz haben? Jetzt brauchen wir ne Erzwaschanlage. Warum? Weil wir haben zerstoßenes Golderz. Und wenn wir jetzt mit der Waschmaschine auch noch arbeiten, dann kriegen wir nochmal zweimal mehr raus. Ja, dann mach ne Waschmaschine. Das schwitzt ja zu viel, mach. Erzwaschanlage, genau. Ich brauche... Du brauchst. Sooo. Boah. Das ist wie ne ganze Menge. Eingestöhne. Erstmal ein Erdwas im Vental. Hm. Nee, behalte ich auch. Recht, Juri. So, das ist das, das ist das. Das ist gut. So. Doch, ich muss erstmal alles tragen. Bleib ja erstmal im Haus am Stand. Irgendwie war das Haus früher breiter. So. Ich brauche 3 Stahlplatten. Was ist das denn? Was brauche ich? Eisen. 3 Stahlplatten. Ich bin jetzt nicht täuscht, habe ich glaube ich an die 12 Diamanten noch so gefunden. Ja, super. Ja, super. Das ist gut. Was schön mit Lava am Rand sind. Ich kann es aber mit Wasser haben, weil... Das ist nicht so gut. Neue Frau Gold. Neue Frau Gold. Neue Frau Gold. Ja, ich warte hier schon. So hier schon. Ähm. Eisen. Oh. Da drin jeweils ein Einer. Genau. Wo ist der Hammer, Yoshi? Dieser Eisen. Kaputt. Okay. Er ist laut kaputt. Ja, es dürfte jetzt lang... Ja, es langt jetzt. Ja, wir machen jetzt mal ein... Ah, shit. Das reicht auch. Mann, bin ich dumm. Nein. Kupfer. Kupfer. Ich brauche eine ganze Menge Kupfer ein. Wir haben keinen Kupfer. Ja, vier Kupfer. In barren Form. Und in... Bei... Und... 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 Gut. So, dann bauen wir da ne Zähme. Tak. 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 Jetzt sind wir echt ne Eisenzahnräder. Nein. Tak. Yay. Wir haben einen Steinbruch. Yay. Yay. So, und dann sind wir auch durch. Okay, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.